Ah, Postkunde aus den Vogelallegiolen, Anbuchungsbestätigung, prima! Ah, das ist ja klasse, dass das auch nochmal mit der Post kommt. Das ist ja schon Postkunde, das ist ja prima. Das ist ja schon Postkunde, das ist ja prima. Oh, jetzt muss das vier Wochen vor Reisebeginn bezahlen. Das hat ja sehr gut geklappt. Was haben wir hier noch? Oh! Oh! Wow! Da! Bis zum nächsten Mal.